Die Gespensterfrauen sind um Mitternacht erwacht, Karoline, Mathilde und Sophie, Dorothee, und sie geistern rum, dass es foltert, dass es kracht, Karoline, Mathilde und Sophie, Dorothee, Karoline, Mathilde und Sophie, Dorothee. Sie erschrecken dich, sie erschrecken dich und der Schlossgraben stinkt fürchterlich, Karoline, Mathilde und Sophie, Dorothee, Karoline, Mathilde und Sophie, Dorothee. Die Gespensterfrauen spuken um das Zellerschloss, Karoline, Mathilde und Sophie, Dorothee, Karoline, Mathilde und Sophie, Dorothee, und sie streiten sich, wer von uns zwei ist der Boss? Karoline, Mathilde oder Sophie, Dorothee, Karoline, Mathilde oder Sophie, Dorothee, und sie prügeln sich, und sie prügeln sich, und sie prügeln sich, und sie prügeln sich, und der Schlossgraben stinkt fürchterlich, Karoline, Mathilde und Sophie, Dorothee, Die Gespensterfrauen sind auf einmal plötzlich still. Caroline, Mathilde und Sophie Dorothee. Denn die Kinder machen ein ganz schreckliches Gebrüll. Caroline, Mathilde und Sophie Dorothee. Die erschrecken sich, die erschrecken sich und sie rennen weg und verstecken sich. Die erschrecken sich, die erschrecken sich und sie rennen weg und verstecken sich. Caroline, Mathilde und Sophie Dorothee. 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 Michael, Mathilde und Sophie Dorothee.